Im Dezember fand das feierliche Übergabemeeting des Soroptimist International Club Gris Kirchen statt. Dr. Margareta Santara löst damit Ruth Rutterer als neue Clubpräsidentin ab. Unter dem Motto «Mensana in corpore sano» wird in den nächsten beiden Jahren für die Clubziele weitergearbeitet. Dazu gehören vor allem Projekte zur Hilfestellung und Verbesserung der Lebenssituation von Mädchen und Frauen. Der Club leistet sowohl regionale Hilfe als auch internationale Unterstützung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017